Eisverkäuferin spielt sie auch sehr gerne. Eisverkäuferin kam sie neulich zu mir. Papa, spielen wir Eisverkäuferin? Ich so, ja, können wir gerne machen. Okay, du kommst jetzt ein Eis kaufen, ja? Ja. Schönen guten Tag. Nein, du musst erst reinkommen. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Was hätten Sie gern? Ich hätte bitte gerne einmal Schokolade. Nee, Papa, Erdbeer. Was? Nee? Kundeskönig? Ich hätte bitte gerne einmal Schokolade. Okay, krass, stopp, halt. Der hat mich umentschieden. Ich hätte gerne einmal Erdbeer, bitte. Haben wir nicht. Das meine ich, weißt du, das ist so... Wie wär's mit Schokolade? Und da, oder? Mom? Nein. Du hast, ich bin erschosken. Oh, dasinté in 되는 find! Du hast du, wie thr ... Du hast du dir ab und auf plates fahren. Du bist hier, die Kristorge es, er까.